Es ist natürlich schon etwas Spezielles, wenn man in der ersten Saison eine Grand-Tour-Etappe gewinnen kann. Ich würde sagen, es hat sich gar nicht so viel geändert. Ich bin immer noch denselben und beim Giro habe ich zum Glück diese Etappe gewinnen. Das hat für mich wahrscheinlich das meiste geändert. Vor allem, dass die Leute dich natürlich eher kennen. Als Kind, wenn die Tour de Suisse bei uns in der Region durch ist, bin ich jedes Jahr, wenn es möglich war, eine Etappe sicher zu schauen. Das ist schon etwas Spezielles Rennen, wo man gewisse Erinnerungen auch damit verbindet. Das wird natürlich auch etwas, worauf ich mich sehr freue.